Bum 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 Ja hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade, Hase Bobbi ist auch wieder mit dabei und ich hoffe ihr auch, hier ist euer Gedreh ins Kranzspiel, viel Spaß beim Üben! Ja, und so wie das Thema Üben, das hatten wir schon mal und hier ist es nicht ganz so leicht die Marken runter zu werfen, die beste Möglichkeit ist am Anfang wirklich, dass man vielleicht die drei Marken hier runter bekommt und dass man dann mit den anderen Versuchen hier weiter greift. Das Problem ist halt wirklich, die Marke hier kann sich in dem Teil hier festhaken und diese Kugel zu greifen ist auch besonders schwierig. Ich bin mal gespannt, ob es überhaupt für eine Runde heute reicht, aber ich schätze mal, dass ich jetzt einfach mal versuche hier so rein zu greifen, dass ich halt zumindest mir das hier greife und dann vielleicht die nach unten geschoben werden. Proffen wir es einfach mal. Na, das war fast wieder zu weit, aber vielleicht schiebt er ja was rüber. Ja ne, nicht wirklich. Also das ganze Ding hat gewackelt, aber es ist nicht wirklich viel passiert. Hm, ist natürlich jetzt die Frage. Es könnte natürlich auch gut sein, wenn ich jetzt ganz nach links gehe, dass ich dann hier reingreife, dass er das halt nach rechts schiebt, aber ich glaube eher, dass es nicht so der Fall sein wird. Aber ich probiere es trotzdem aus. Na, ich war viel zu weit. Was war das denn? Okay, der Kran geht ziemlich tief, aber ob das jetzt was wird, ist natürlich eine andere Frage. Was ist denn los? Guckt euch das mal hier an hier. Ne, heute spiele ich glaube ich wirklich schlecht. Aber jetzt müsste ich eigentlich ganz rüber kommen. Na, na, zumindest die ist endlich mal runter gefallen. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, immerhin, immerhin. Ich glaube, dass wir die gar nicht kompliziert bekommen, aber zumindest, ja, dass man vielleicht so die eine oder andere Marke bekommt. Ne, man muss dazu sagen, wenn ich drei Runden brauche, bis endlich mal was fällt, dann ist es natürlich sowieso fail. Gut, dann, ja, dann bleibt es halt bei diesen sechs Marken, gell. Ja, wenn ich die eine hier noch bekommen sollte. Aber da habe ich auch den Anfang halt versemmelt, wie gesagt. Selber schuld. Ja, das wäre natürlich jetzt schön, wenn das Gewicht hier reichen würde, damit die nach unten fällt, aber eher leider nicht. Also, also nicht wegen dem Gewicht, sondern eher, weil das hier dann so einklemmt, dass das halt ja nicht weiter nach oben geht. Na, reicht das für einen Bonus? Wenn nicht, dann wird das heute eine kurze Folge. Ja, okay, eine kurze Folge. Ja gut, wie gesagt, ich hätte eine Marke mehr bekommen können, aber dann ist das zumindest ein kleiner Vorteil. Und zwar ein kleiner, weil morgen gibt es ja neue Kräne. Und, ja, dann kann ich zumindest sagen, dass ich dann morgen auf jeden Fall eine, also mindestens drei Runden bekomme. So, das würde ich sagen. Aber, ja, so kann es auch mal gehen, wenn es dann halt, ja, wenn man halt dann nichts bekommt. Dann, ja, dann hoffe ich, das hat der Papi wieder gefallen. Ich bedanke euch ja wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt. Und, ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.